So, heute wollte ich mal ein bisschen bei Grimhacks mir das angucken, was wir neu gemacht haben und auch gleich die Occupanz-Mission. Gleich mal testen, wie viel besser jetzt die NPCs geworden sind. Deswegen jetzt auch mal Solo statt als Orga-Stream, weil ja noch nicht hier alle Orga-Mitglieder einen Zugang haben. Aber einmal durch vorstellen, wollte ich das trotzdem ganz gerne. Nee, ok. Einfach mal durch und überall luschen jetzt. Ja, haben sie auf jeden Fall schön industriell gehalten. Hallo. So, der Erste, der hier wartet, oh, ok. Da können wir aber auch gleich mal gucken. Hm. So, was ist denn los hier? Das gibt's doch nicht. Hm. Da guck ich den gleich mal. Ok, jetzt nur das. Ja, da bin ich mal gespannt, ob sich das aussichtstechnisch lohnt, ne? Oh, hier gibt's schon was zu essen. Aber ohne trinken wird... Jetzt hier nur Alkohol. Ist ja schon mal schlecht, Kollege. Ja, schade, dass die Sachen hier so doll reflektieren. Oder kommt das von unten? Das muss ich noch mal gucken. Aber hier kann man ja schon mal eine Ecke luschen. Na? Na? Da sind wir los. Da sind wir los. Okay, hier unten noch ein paar Doppelautomaten. Geht schon was? Geht nix. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wenn hier die ersten Racings stattfinden. Wie viel man hier wirklich sieht, ne? Aber das war's auch schon. Ich glaub, mehr kommt hier gar nicht. Denn ab nach PO. Und dann einmal die Occupanz-Mission testen. Hier krieg ich, glaub ich, nicht mal ne Rüstung, ne? So, geht hier schon? Auch nicht. Mann, 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 Mann. Da brauch ich nichts. Okay. Da brauch ich nichts. Ich weiß ja auch nicht. Ich muss jetzt immer mal noch auf dem Kind und zum Schluss machen. Ich weiß nicht. 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 Sie müssen das Wasser ausprobieren. Ich weiß nicht. So eine Rotze, wieder verdrückt. So eine Rotze, wieder verdrückt. Jetzt geht die Tür gar nicht mehr zu, beim letzten Mal ging das noch so schön. Na gut. So. Okkupanz, Okkupanz, ich glaube die kriegen wir wirklich auf PO. Hoffe ich jetzt einfach mal. Okkupanz. 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 So. So. Was ist das? Ach, das ist schon P.V. Das ist schon P.V. Na, das sieht mir noch verdammt verkehrt rum aus. So, dann einmal gucken. So, hat er den jetzt genommen oder nicht? Jetzt hat er ihn, okay. Claim Jumper. Sag mal, die haben hier keine Okkupanz-Mission. Ja, sonst würde ich vorsorglich lieber einmal schnell nach Hörsten fliegen. Weil da muss es die geben. Was sagst du mir denn jetzt hier hoch an? Ja, das tut mir jetzt leid, aber haben wir leider noch mal ein bisschen Wartezeit. Aber dann kann ich mich in der Zeit ja schnell ausrüsten. So. So, Amor habe ich ja wohl nichts, ne? Echt? Habe ich nur die Sniper eröffnet? Aber ich glaube, ich mache das mit der Pistole und schnappe mir dann... Und schnappe mir dann wahrscheinlich die Waffe von jemand anders. So, Technologie ist ja nur das Movie-Glas. Den haben wir auch. Ja, mehr gibt es ja schon gar nicht mehr. Das war noch 27. 25. Mitmachen und nach ... Nachigen und nachigen und nachigen ... nhen zuumentieren. So, der war für ihr jetzt ganz nettet. Ja, ich bin Vorschlben. Aber sie bleiben. Äря mal wieder uphigh 80,000-ých, Gut, solange wir fliehen, dann komme ich in der Sekunde nochmal wieder. So, man weitert uns gehen. 18 Millionen. So, man. So. 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 Jetzt können wir aber auch mal langsam da sein, finde ich. So. 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 5 Millionen. Dann haben wir es endlich geschafft. so. wieder. so. So. Ja, dann bin ich ja mal jetzt gespannt. Aber es muss ja eigentlich einiges, wie gar nichts. Ach, zack, und direkt eine da, na das ist doch der Wahnsinn hier. So, dann track die mal. Das ist okay. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie gut die NPCs wirklich geworden sind. Oder ob man das spürt, dass sie besser geworden sind. Quantum Drive ist jetzt auf. Das ist okay. Oh. Die Fahrt ist jetzt aufgelistet. Das ist cool, die Hunde da war, da war hier. Ist das hier so duster? Das gibt es nicht. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, dann wollen wir mal gucken. So, dann wollen wir uns da mal ein bisschen herantasten und gucken, wo die Türme sitzen. Das ist der erste. So, dann haben wir den ersten schon down. Da fehlen ja nur noch drei. Ich hoffe, der rechte ploppt jetzt hier zuerst auf. Ach stimmt, ich kann die in Frage nehmen. So, jetzt fehlt mir eigentlich noch ein Turm. Eins, zwei, drei genau. Einer fehlt auch noch. So, dann gibt es keine Türme mehr. Und den hier oben haben sie abgenommen. Ja gut. Finde ich nicht schlimm. Dann sind es halt nur drei statt vier. So, dann wollen wir das doch mal testen jetzt. So. 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 Die hat doch was geahnt. Sag mal, fall um, du Sau. Okay, der da hinten ist schon mal ready. Der hat Bock. Aber hier steht auch noch einer. Das ist doch nicht der gewesen. Also wenn das so wie jetzt weitergeht, weiß ich nicht, ob die klüger geworden sind, wenn ich ehrlich bin. Boah! Und kann ich mal schießen. Also das ist doch eine Kacke hier. Jetzt. Einer ist doch hier noch. Da ist er. Also die sind auf jeden Fall schon mal aufmerksamer geworden. Ob die ihnen das was bringt, sagen wir mal, dahingestellt. Aber dann guck mal, keine Anzeige mehr. Was ist hier los? Wie ist meine Lebensanzeige weg? Ja, ich muss leider hier so ein bisschen switchen. Ach, der Schrot. Na, das ist doch ein Müll. So, Kollege, fall um. Boah, das sind, sag mal, wie viele sind denn hier oben schon? So, einer nur noch. Ähm, guck mal, da zwei Waffen, aber... Trotzdem lieber die hier. So, ein Einzelner noch. Ja. Den hole ich mal auch schnell. Also sie versuchen es, die KI versucht es, aber... Wirklich deutlich besser finde ich die jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Also der hier oben, der linke, der hat noch einen guten Eindruck gemacht, als ich geschossen habe, hat er wenigstens schon mal in meine Richtung geguckt. Aber reagiert halt hier auch keiner, also... Ja. Weiß ich nicht. Jetzt testen wir mal einfach noch eine. Das war jetzt ja doch ein bisschen mau hier. Ach, die eklige Waffe behältst du, die schmeißt du auf den Boden, oder was? Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das mit der Lebensanzeige gewollt war, oder ob das ein Fehler war. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, dass die hier nicht mehr angezeigt wird. 100 Prozent. Aber wieso ist das... Ich verstehe das nicht manchmal. Warum man sowas ausblendet. Ähm, so. Ja, eine würde ich vielleicht noch machen, einfach noch mal um zu testen mit den NPCs. So, bis 50 km hoch. So, bis 50 km hoch. Eigentlich fliege ich jetzt auch nur außerhalb vom Planeten und gucke dann eigentlich... Oh, jetzt zieht da das Schiff zurecht runter. Wie hoch bin ich denn? Ach, schade, leider ist es schon zu hoch. Also das Flugverhalten, das merkt man. Wobei bei der Cutlass, weil die halt auch so groß ist, dann geht das eigentlich. Ich sag mal, wieso geht da immer zur Mitte, wenn ich das nur höre. Und schon wieder, also im Menü rutscht da automatisch wieder nach unten. Ach, das ist doch doof. Oh, jetzt muss ich wirklich die ganze Kacke rausfliegen hier, echt. Oder haben wir irgendeinen Spoolpunkt hier? Irgendeinen Um-Punkt in der Nähe? Das soll aber kein Um sein, oder? Oh, ich meine, ich kann auch so gut machen. Oh, ich bin drei. Wodt, ich bin drei. Oh, ich bin drei. Oh, ich bin drei. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. So. Wollen wir nur mal schnell überall durchzuschauen hier. Kleine Jumper ist jetzt aber auch ein bisschen blöd. Jetzt speichere ich einmal kurz zwischen. Auf der Seite ist Lorville. Aha. Wo ist denn meine Raumstation? Das sehe ich nämlich nirgends mehr. Da, der Server. So mal, das gibt es doch nicht. So. Einmal kurz zwischenspeichern und dann versuchen wir das noch einmal. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Oh stop. Oh stop. Quantum drive is now off. Quantum drive is now off. Quantum drive is now off. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Oh, die gestolene Kacke habe ich eigentlich gar keine Lust zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Mal ganz kurz gucken, wo ist der Dreck? Security Investigation. Quantum Drive ist jetzt auf. Das macht er, macht er nicht. Macht er nicht. Und nimm ihn doch einfach an. Okay. 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 Hier, gerade gibt es schon Gas hier. So, mal gucken, wie wir das jetzt mit der Karte lesen, boah, das hin und her fliehen, jetzt geht einer richtig auf den Segel. So, hier, 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 hier. So, hier, 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 hier Untertitelung des ZDF, 2020 Das Licht war schon an Also das Schießen geht auf jeden Fall schon mal besser Also das mag ich gerne Oh Mann, ich will das mit den NPCs Ja, dann werde ich jetzt hier glaube ich Wollt auch erstmal abbrechen Weil das mit den NPCs wollte ich eigentlich Hauptsächlich nur testen Den hole ich gleich erst, wenn ich ihn hole Ja Dann war das schon mal So ein bisschen zum Luschern Aber wie gesagt Also ich selber finde jetzt nicht, dass die NPCs Deutlich besser sind Also die reagieren schon ein bisschen Aber das ist jetzt zwar noch ein Flop Ich denke mal beim nächsten Mal Wenn wir wieder einen Orga-Stream machen Da reizen wir das ein bisschen mehr aus Und mal gucken Was die 3.10 dann alles mit sich bringt Ja, dann danke dafür